Macht. Außen. Schacht. Ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. Dybala. Insigne. Insigne. 88. Insigne. Insigne. 88er Insigne. Oh nein. Weidenfeller stark. Tim Wiese. Dybala. Weidenfeller. Thorsten Frings. Jawohl. Ich guck hin und es ist Lorenzo Insigne. Naja. Ist okay. No, der ist okay. Komm. Ich öffne jetzt noch eins hier in der Serie A und danach noch was in der Bundesliga. Okay, komm. Nächstes Pack. So. Okay, Leute. Seid ihr ready für das nächste Pack? Ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. So. Manolas. Manolas. Manolas 86. Bitte nicht. Manolas. Manolas. Haha. Ach, Leute. Bitte nicht. Castle Model. Jawohl. Stark. Ich schau mal hin. Und es ist der Grieche. Ich hab den Griechen gezogen. Ach, Gott. Den Manolas. So, komm. Ich denke, ich öffne hier noch zwei Packs. Kommt ihr euch noch zwei Bully Packs? Noch zwei Bully Packs. Jawohl. Jetzt Sabitzer gönnen. Ja, du sagst es, Luca. Komm. Ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. So. Sabitzer. Genau. Sabitzer Kappa. Achraf. Hakimi. Achraf. 89. Hakimi. Hake Hakimi. Jawohl. Stark. Okay. Ich schau mal hin. Und es ist... Ja. Es ist Hake Hakimi. Hake Hakimi. Es ist okay. Es ist okay, Leute. Leute. Das letzte Pack dürft ihr euch noch mal aussuchen. Ich hab's mit überlegt. Entweder wir öffnen Serie A. Äh. Bundesliga. Äh. La Liga. Oder hier. Oder das andere. EPL oder Community. Schreibt rein. Komm. Ich öffne nochmal Bully. Fehlen mir nur noch die 90er Spieler. Ich bin ready. Der Köfte spießt 2000. Bully. Der Köfte spießt 2000. Bester Name. Okay, Leute. Seid ihr ready? Ich wär safe zwar Münzen oder Skillboost bekommen. Aber trotzdem. Komm. So. Ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. Münzen. 52k. 250k. Marcel. Jünter. Münzen. Ich hätte es. Ja. Ich hätte es doch sagen können. Ähm. Ich hab kein Verteidiger-Tor. Äh. Retro Games. Ich geb euch mal allen den Tipp. Leute. Ich geb mal allen einen Tipp. Leute. Alle neuen Zuschauer, die jetzt grad da sind. Alle neuen Zuschauer. Ihr habt jetzt alle mal Glück. Ähm. Denn. Ich geb euch mal den ultimativen Tipp. Spielt einfach auf unentschieden. Lasst den Gegner dann im Elfmeter schießen. Immer so gleich sein. Dass ihr nach den. Dass. Nach den ersten 5 Schüssen ein. Äh. Gewinner feststeht. Sondern. Dass ihr weiterspielt. Bis ein Verteidiger. Zum Elfmeterpunkt geht. Dann. Zählt das auch als Verteidigertor. Wenn ein Verteidiger beim Elfmeter. Ein Tor schießt. Zählt das auch als Verteidigertor. Auch im Elfmeter schießen. Das hab ich immer gemacht. Okay Leute. Der geht auf Ecken geht auch. Leute. Das ist das Beste was ihr tun könnt. Im Elfmeter schießen. Einfach. Dann. Mit Verteidigern schießen. Thema Tore. In La Liga Turnieren. Ah ja. Leute. La Liga. Äh. Genau. La Liga. Nein. Liga Turnier. Leute. Spielt gegen Gegner. Spielt gegen Gegner. Spielt bitte nur gegen Gegner. Die. Plus. Minus. Drei. Gäste haben. Von euch entfernt. Denn. Äh. Ja. Sonst ist es halt blöd. Wenn ein 110er gegen ein 120er spielen muss. Oder so. Also. Spielt gegen Gegner. Die ungefähr euer Gäste haben. Okay. Dennis. Du Ehrenmacht. Da ist Macht aus. Da ist Macht aus den Schlacht. Die Macht aus den Schlacht. Hey. 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 Danke schön.